Al-Waswas Ein Engel, der für uns wieder etwas Gutes macht. Nein. Deshalb ist diese Al-Waswas eine Krankheit, sage ich immer. Das ist eine Krankheit. Und die beste Heilung oder der erste, der dir hilft, du selber. Wenn du dir nicht hilfst, bei Al-Waswas kann keiner dir helfen. Es gibt manche Brüder, die sagen, ob Allah gibt oder nicht. Die sind gekommen bei solchen Gedanken. Und ich sage immer, solange du keine Antwort hast, du brauchst nicht diese Gedanken in deinem Kopf zu haben. In Al-Waswas ist die Macht. Unsere Arbeit ist kaputt. Besonders, wenn der Schaitan merkt, dass du aktiv bist. Deshalb darf man nicht die Lücken für den Schaitan freilassen, damit er uns nicht beherrscht. Es gibt nicht nur drei Arten von Al-Waswas, es gibt nur einer der. Al-Waswas ist immer von As-Shaitan. Laufen. 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 Laufen.